Mein Name ist Maik. Ich mache eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik im zweiten Lehrjahr und studiere nebenbei als duales Studium Informatik und bin da jetzt schon im vierten Semester. Ich habe mich für die KVV als Ausbildungsbetrieb entschieden, weil ich sehr attraktiv fand, dass ich hinterher für mindestens ein Jahr übernommen werde. Das bedeutet, ich muss mir dann keine Gedanken mehr machen, wo ich als nächstes arbeiten werde, sondern kann direkt nach dem Studium anfangen zu arbeiten und in den Abteilungen eingesetzt werden, die ich während der Ausbildung schon kennengelernt habe. Ich finde das duale Studium gut, weil ich hier sowohl das Wissen als Informatiker als auch das Wissen als Elektroniker für Betriebstechnik erlange und direkt anfangen kann, in beiden Berufen zu arbeiten. Ich denke, dass mir das gerade bei der KVV sehr viel bringen wird, weil ich dann später weiß, wie ich Maschinen programmieren und in Betrieb nehmen kann. Eigentlich bin ich ein ganz normaler Student. Ich studiere ganz normal während dem Semester Informatik und in den Semesterferien arbeite ich dann als Elektroniker für Betriebstechnik und mache im Betrieb meine Ausbildung. Ich finde diese Regelung sehr gut, weil ich dann sowohl während dem Semester in der Uni als auch in den Semesterferien bei der Ausbildung beides getrennt lernen kann und so beides eigentlich relativ gut unter einen Hut bekomme. Zurzeit haben wir in der Uni eine Projektarbeit. Dabei geht es darum, mit Java ein Spiel zu programmieren und das Ganze passiert im Team, wo wir dann auch lernen, direkt die ganzen Probleme und die ganzen Aufgaben auf unterschiedliche Teammitglieder zu verteilen. Der Vorteil hier für mich ist, dass die KVV mir alle Bücher bestellt und auch meine kompletten Studiengebühren übernimmt. Außerdem werde ich für die Zeit des Semesters freigestellt und habe so genug Zeit für die Uni zu lernen. An meinem Studium im Praxisverbund mag ich besonders, dass es so abwechslungsreich ist und ich immer aus beiden Bereichen neue Aufgaben gestellt kriege, die ich dann löse und dadurch Neues dazu lerne. Ich finde, dass gerade hier bei der KVV das Arbeitsklima sehr gut ist. Ich lerne hier nur nette Leute kennen und habe so immer bei der Ausbildung Spaß und auch im Studium habe ich bis jetzt nur Freunde kennengelernt, mit denen ich auch außerhalb des Studiums mal was unternehmen kann. Für mich ist einfach sehr wichtig, dass sich auch ein Beruf ausübe, der mir viel Spaß macht und genau das ist halt hier bei der KVV der Fall.